Was ist das? Also wir sind Dirk und Rebecca. Wir waren sehr zufrieden mit Herrn Schütz fachlicher Kompetenz und auch seiner Art und Weise, wie er uns das vermittelt hat. Er ist auch sehr schnell, sind wir zu einem sehr guten Ergebnis gekommen und wir würden ihn jederzeit weiterempfehlen. Ja, ich fand das war auch sehr, das Treffen, oder die Treffen an sich waren immer sehr angenehm, immer sehr ehrlich, vertrauenswürdig und also ich würde auch jederzeit immer wieder zu ihm kommen. Ich fand es toll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017